Blizzard, Blizzard, was hat dich bloß so ruiniert? Das sind die 4Players News. Moin und herzlich willkommen zu den 4Players News am Montag. Da ist man mal zwei Tage nicht da und schon hat Blizzard einen veritablen Shitstorm im Internet an der Backe. Was ist passiert? Auf der BlizzCon am Freitag hat Blizzard neue Spiele präsentiert, darunter den angekündigten neuen Diablo-Ableger. Entgegen der Hoffnung der Fans war das allerdings eben kein Diablo 4, sondern ein Mobile-Ableger von Diablo. Das Ding heißt Diablo Immortal und soll eben auf Telefonen und Tablets laufen. Was jetzt bei Command & Conquer schon auf der E3 bei EA nicht besonders gut angekommen ist, ist jetzt auch bei den Diablo-Fans alles andere als gut angekommen. Schon vor Ort gab es da wenig Applaus und so Fragen wie, meint ihr das ernst? Ist das ein verspäteter April-Scherz? Wo ist unser Diablo 4? Und die Trailer auf YouTube wurden auch dementsprechend down-gevotet und kommentiert. Und da beginnt das eigentliche Problem, was Blizzard gerade an der Backe hat. Denn anscheinend sind da Downvotes verschwunden und negative Kommentare gelöscht worden. Negative Kommentare löschen ist immer so eine zwiespältige Sache, denn naja, auf dem Channel haben die Videohersteller natürlich das Hausrecht und können da eigentlich löschen, worauf sie Lust haben. Tatsächlich ist es aber immer so ein gewisses Zeichen von, naja, mit Kritik können wir nicht so gut umgehen, wenn man negative Kommentare löscht, die möglicherweise sogar konstruktiv sind zu einem bestimmten Thema. Und das Downvotes verschwinden, das lässt sich eigentlich nur dadurch erklären, dass man das Video neu hochlädt unter gleichem Namen. Ansonsten kann man eigentlich diese Down- und Upvotes gar nicht so richtig beeinflussen, es sei denn vielleicht, man ist Blizzard. Wie dem auch immer sei, Alan Atom, der ist Mitbegründer von Blizzard, hat sich dann bei Kotaku in einem Interview dazu geäußert und hat gesagt, Wir haben schon damit gerechnet, dass nicht jeder das geil finden wird, dass wir Diablo jetzt erstmal mobil rausbringen, aber mit diesem Gegenwind, da haben wir auf jeden Fall nicht mit gerechnet. Zudem sagt er, es ist kein reiner Reskin eines NetEase-Spiels, denn das wurde Blizzard ebenfalls vorgeworfen, dass sie noch nicht mal Diablo selbst umgesetzt haben, sondern, dass sie quasi den chinesischen Entwickler NetEase damit beauftragt haben, eben ein Reskin eines eigenen Spiels zu machen und das Ganze dann Diablo zu nennen. Das sei nicht so, sagt er, alles ist neu, Assets neu, Spiel neu, das ist kein einfacher Reskin. Allerdings, es wird natürlich In-App-Käufe geben und dazu hat er sich dann weiterhin auch noch nicht so richtig geäußert, was da noch kommen wird und wie teuer das Ganze wird. Alles in allem hat sich da mit Blizzard auf jeden Fall ein Shitstorm eingehandelt, der wirklich auch alle positiven Meldungen der BlizzCon so richtig schön überlagert. Überall steht nur Diablo, Mobile und eben der Stress mit den Fans, die natürlich ein echtes Diablo erwartet haben und kein Mobile-Ableger, wie gut auch immer der sein mag. Das ist nie so gut wie ein echtes neues Diablo und auf Diablo 4, da warten die Fans jetzt ja schon fast zehn Jahre. Aber natürlich gab es auch positive Sachen, die auf der BlizzCon stattgefunden haben. Wir werden jetzt nicht jedes einzelne Spiel beleuchten, das hat der Kollege Marcel aber drüben auf 4players.de getan. Und wenn ihr so eine richtig schöne Übersicht über alle wichtigen Neuankündigungen oder Entwicklungen in der Blizzard-Welt haben wollt, dann empfehle ich euch, geht drüben auf 4players mal auf die News, die verlinken wir hier unten auch nochmal. Da gibt es eine schöne übersichtliche Auflistung zu jedem Spiel, was Blizzard wie angekündigt hat. Aber eine richtig große Neuankündigung bzw. Neuauflage, über die sogar ich mich ziemlich gefreut habe, ist das Remake von Warcraft 3. Denn wir Warcraft-Spieler, wir warten jetzt schon richtig lange darauf, dass mal wieder ein Echtzeitstrategiespiel im Warcraft-Universum erscheint. Warcraft 3 ist lange, lange her und obwohl das Spiel natürlich derzeit auch immer noch aktiv gespielt werden kann, ist es natürlich auch gealtert. Jetzt hat Blizzard aber angekündigt, dass mit Warcraft 3 Reforged endlich ein neues Warcraft bzw. ein neues, altes Warcraft erscheinen wird. Denn mit Reforged bekommt Warcraft 3 ein echtes Remake, nicht nur ein Remaster, sondern ein Remake. Dieses Remake soll aber kompatibel sein zum originalen Warcraft 3 und eben dann auch im Battle.net gegeneinander spielbar. Die Updates sollen die gleichen sein, das heißt es ist im Grunde das gleiche Spiel, nur neu und in hübsch. Das ist super, vor allem weil auch eben die Kampagnen entsprechend aufmodernisiert werden und man das Spiel nochmal aus der heutigen Perspektive richtig genießen können werden soll. Denn erscheinen wird das Ganze 2019 und so richtig viel hat man natürlich noch nicht gesehen. Aber der Kern von Warcraft 3, der ist auch heute noch gut und dementsprechend kann man darauf hoffen, dass das hier endlich mal wieder ein richtig gutes Echtzeitstrategiespiel wird. Und das war es auch schon wieder mit den 4Players News am Montag. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, dann klickt doch auf Like, wir verändern da auch wirklich nichts, versprochen, auf Abo und kommentiert doch gerne, was ihr von den Themen dieser Sendung haltet. Natürlich wird alles gelöscht, was mir dann nicht gefällt. Ansonsten sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Ich bin raus und tschüss. Ich bin raus und tschüss.